Fellows präsentiert die Lotus DX Sitz-Steh-Workstation. Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie die Ladestation zum bequemen kabellosen Aufladen in Betrieb nehmen. Bringen Sie zum Start Ihre Lotus DX in die höchste Position. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil und schliessen Sie es an einer Steckdose an. Verbinden Sie dann das Netzteil mit dem hinteren USB-Hub. Jetzt können Sie die Ladestation verwenden. Lehnen Sie dazu einfach Ihr Qi-fähiges Gerät an die Ladestation oder nutzen Sie einen der integrierten USB-Anschlüsse zum Aufladen Ihrer Geräte. Sollte Ihr Gerät nicht Qi-kompatibel sein, können Sie es mit einem Adapter nachrüsten. Werden Sie aktiv und arbeiten Sie ab sofort gesünder mit der Fellows Lotus DX Workstation.